Ja, Zeit. Kurz verstecken. Ich nehme jetzt einfach mal an, der kommt sowieso nicht mehr zurück. Und wir schmeißen uns einfach weg. Kann ich den Pömpel nehmen? Das sieht so aus, als müsste ich ihn nehmen. Okay. Ähm. Es war doch richtig hier runter, oder? Ich kann dann den Wänden hoch. Ah, hier, okay. Okay. Koch. Es sind zwei, doch. Oh. Okay, das erklärt die zwei Betten. Die zwei Toiletten, die immer noch falsch sind. Aber das erklärt aber auch das Bild. Und da da ein Durchgang ist. Äh. Ähm. Hallo? Lass mich raus. Wo muss ich denn hin? Hier? Hier komme ich ja nicht raus. Wir sind doch überall Gitter. Ah, hier. Aber sehen die mich nicht direkt, wenn ich jetzt da raus springe? Echt jetzt? Ich falle einfach zurück ins Loch. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt doof. Na, ich habe das Gefühl, ich sollte nicht auf die Scherben treten. Komme ich unter den Tisch? Ich komme unter den Tisch. Äh. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Ich verstecke mich im Schaum. Im Schaum wird mich nie jemand finden. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh. Also durch die Scherben kann ich sie oder wenigstens ein von ihnen in den Raum dort locken. Aber ohne den Weg zu kennen, kann ich die Teller vielleicht hochklettern. Nee, das ist zu hoch, ne? Warte mal. Bin jetzt über die Scherben gelaufen, aber... Was ist das? Hier ist ein Schalter, oder? Ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss. Ich habe den Schalter betätigt, aber ich weiß nicht mal, was er wirklich gebracht hat. Ich muss dort an den Haken. Okay. Aber wie komme ich dort oben an den Haken? Dafür muss ich besch... Dümmt auf die Teller klettern, ne? Und zwar nicht auf die hier. Sondern auf die da. Na toll. Der kommt doch gleich da wieder hin. Genau, habe ich doch gewusst, ne? Ich warte noch mal ganz kurz, bis er zurückgeht. Aber ich glaube, von hier komme ich da oben nicht rauf. Ich muss wahrscheinlich auf den Tisch da drüben. Den braun. Ich kann es euch leider jetzt nicht richtig zeigen. Nein. Ich kann da nicht rauf. Ach, ist da nicht... Aber wie komme ich denn da hoch? Muss ich überhaupt da hoch? Ich bin so überfragt. Ich weiß es einfach nicht. Und warum müssen jetzt zwei von denen hier rumlaufen? Ich habe mich gar nicht mehr gesehen gerade. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ach. Bringen die mich jetzt zum Topf? Oder waschen die mich erstmal? Die waschen mich erstmal, ne? Die sind nett. Wir starten hier. Der Schalter ist, glaube ich, betätigt. Ich komme auch hier hoch, ne? Aber... Oh, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Meine Idee... Wäre es jetzt einfach mal zurückzurennen. Ich kann nicht hoch genug gucken, um zu sehen, ob ich da oben hinkomme. Ne, ich muss warten, bis der wieder zurückgeht. Ich gucke mal von hier, ob ich irgendwie einen Weg nach oben finde. Hier über den Schrank wahrscheinlich auch nicht. Ach, da komme ich nicht hoch, okay. Okay. Oh. Hier komme ich hoch? Ja, hier komme ich hoch. Aber ich nehme einfach mal an... ...dass ich hier diesen Schrank zwar hochkomme... ...und ich hier auch an die Haken komme... ...und mich einfach von dem Koch schnappen lasse. Oh nein, jetzt starte ich wieder hier. Ich weiß nicht... ...hab ich den Schalter betätigt? Ich weiß gar nicht, in welche Richtung die Haken jetzt eigentlich müssen. Genau, geh einfach weg. Hallo, ich häng fest. Okay, die Töpfe komme ich also hoch. Na komm, geh zurück. Geh ins Loch. Ah, der geht auch noch zu den Töpfen. Verstehe. Ah, da ist irgendwas verstopft, wie ich sehe. Ah, schwer freizukriegen, ne? In zwei Sekunden ist das wieder verstopft. Ah, ich sehe schon. Direkt wieder verstopft. Alter, du verarscht mich doch. Ich muss erst mal auf das Brett da, ne? Aber ich habe Angst, wenn ich runterfalle, ich will nicht den ganzen Weg wieder laufen. Ich warte ganz kurz, bis der einmal hier war und dann wieder zurück rennt. Oder? Oder habe ich genug Zeit? Weil die hören das plumpst, wenn ich runterfalle. Ja, jetzt kommt er zurück. Oder auch nicht, komm. Ich wollte aufs Brett. Das war genau mein Plan. So. Sehen die mich? Die sehen mich? Hi. Die Arme sind ein bisschen kurz, ne? Ja. Ja, tut mir leid. Ich muss da mal weiter, ne? Nicht böse sein. Aaaaaah. Lieber sprich ich in die Tode, als mich von denen zu erwischen. Okay, aber ich hab's verstanden. Äh, was zum... Ich bin doch gerannt wie Sau. Oh, knapp. Tschüss. Ihr blöden Köche. Wir sehen uns ein anderes Mal. Oh, Trophäe, die Küche. Huh. Gut, wo sind wir hier jetzt? Ist das jetzt mit den Köchen... Entschuldigung. Man kann hier runterfallen, merke ich gerade. Ist das jetzt mit den Köchen erledigt? Weil die haben wir jetzt nicht verstümmelt oder so. Deswegen weiß ich nicht... Kommen die vielleicht nochmal wieder? Es ist furchtbar schwer, hier gerade zu laufen. Es ist so schlimm, dass man einfach runterfallen kann und das Licht das jetzt übertrieben blendet. Achso, falscher Knopf. Es sieht schon krass aus. Ins Licht, in die Ferne, in die Freiheit. Ich bin auf einem Schiff. Ich weiß nicht, muss ich runter? Muss ich hoch? Ich muss hoch. Es sieht heftig aus, aber... Muss ich nicht vom Schiff fliehen? Irgendwie... Weiß ich nicht. Okay, gut, von hier aus vom Schiff zu... Warte mal. Wir sind, glaube ich, auf dem Meer, ne? Das ist das ein anderes Schiff. Äh, okay. Okay. Es kommen sehr viele runde Passagiere. Oder Arbeiter. Oder was auch immer. Oder neue Endbosse. Aber was ich mich frage. Ganz kurz, was ich mich frage. Die sind anscheinend irgendwie riesig hier. Und diese kleinen Männchen, so wie wir, sind der Nahrung, Futter, was auch sonst. Aber die sind alle groß. Warum gibt es hier so eine winzig kleine Leiter, die genau auf unsere Größe abgestimmt ist? Das finde ich ja schon irgendwie merkwürdig, ne? Äh, oh, 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 ja. Und war noch untertrieben. Entschuldigung, ich will ja natürlich niemanden beleidigen. Ich glaube, die Köche haben wir erledigt. BAM! Müssten wir nicht auch so langsam mal wieder Hunger kriegen? Ich meine, das ist schon eine Ewigkeit her. Ich bin ein bisschen an der Seite. Und hier bin ich sicher. Ja, puh. Ähm. Sicher, ja. Gut. Ähm, da oben. Ich sehe sie. Aber sie mich nicht. So, man wackelt das hier so, weil die, äh, Herrschaften da lang gehen. Ich glaube, runterfallen ist, ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Warte, wie üblich, ich gucke einmal. Aber da ist nichts. Ähm. Äh. Sind die zum Essen? Die sind zum Essen hier. Oha, Alter. Was ist die Portion? Nehmen die denn? Gucken wir uns die Herrschaften mal an. Mh. Schmacko Fazzi, ne? Oh, ne Menge, Menge Fleisch. Ja, so lobe ich mir das, ne? Oh, Alter. Was? Alter. Der kann mir doch nicht den Tisch voll in die Fresse hauen. Junge, das ist doch nicht richtig. Oh. Sekunde. Weißt du was? Komm. Ich muss es, ich muss es noch einmal sehen. Ich muss es noch einmal sehen. Komm. Hey, guck mal. Hier ist dein Mittagessen. Und BAM. Äh. Es ist gut. Es ist zu gut. Also vom Tisch ausweichen. Oder besser gesagt, schnell rennen. Wahrscheinlich gleich. Moment. Moment. Ich muss was trinken. Schon wieder. Ja, schon wieder. Falls ihr euch fragt, warum ich so viel trinke. Es ist sauheiß heute. Und es ist sehr warm in meiner Wohnung. Moment.